In Norddeutschland droht eine Schneekatastrophe. Es könnte bis zu 60 Zentimeter Neuschnee am Wochenende geben. Was passiert? Es kommt arktische Kaltluft aus Norden und trifft über Norddeutschland auf milde Luft aus Süden. Das heißt, es schneit extrem stark. Im günstigsten Fall trifft es nur Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern mit bis zu 50 Zentimeter Neuschnee plus Schneeverwehungen von der Ostsee her. Im schlechtesten Fall, das ist jetzt das europäische Wettermodell, sieht man, dass ganz Norddeutschland einschneiden kann. Da gibt es Schneedecken von bis zu 60 Zentimeter innerhalb von 48 Stunden. Tja, und da kann es sein, dass Ortschaften einschneiden, abgeschnitten werden und dass dieser Schnee auch tagelang liegen bleibt. Das heißt, es steht ein markantes Schneeereignis am Wochenende an. Der vielleicht stärkste Schneefall der vergangenen Jahre oder sogar Jahrzehnte könnte am Wochenende tatsächlich auf uns zukommen. Und wir haben wie gesagt zwei Szenarien. Einmal kann es nur den äußersten Norden treffen oder wenn es dick kommt, trifft es ganz Norddeutschland. Und dann haben wir tatsächlich katastrophale Verhältnisse. Also, bitte achten Sie auf die Wetterprognosen, achten Sie auf die Wettermeldungen. Es kommt auf jeden Fall starker Schneefall auf uns zu und darauf sollten wir uns alle vorbereiten. Die besten Feiersagen für den Ort finden Sie auf Mörderetraum. So leicht wird es sonst noch einschneiden. Oh, stellte dir es dir eineh首先, Vielen Dank.